Wir machen einfach das Marvel-Logo als M. Er hatte drei Auswahlmöglichkeiten, aber Marvel-Logo hat gewonnen. Machen wir die Skizze, aber ich werde wahrscheinlich alles maßgenau abmalen mit meinem Lineal. Hingekriegt, das M ist etwas schief geworden, doch das fixen wir jetzt. Jetzt ist es nicht mehr so schief. Die Hilfslinien können jetzt mal weg. Die Skizze kann jetzt gleich weg und ja, ich habe hier kurz rot gemacht, weil ich gucken wollte, ob ich das richtige rot habe. Und jetzt können wir das Ante hier anmalen. Richtig satisfying. Alle Marvel-Fans hier Link kopieren. Da kommt immer wieder Rot ins Weiße. Das stört ein bisschen. So ganz überhandelt, ich bin einfach Vater geworden. Von kleinen Fischen. Das Doku sieht eigentlich so aus, aber ich mache das hier außen auch ein bisschen rot. Das sieht dann nicht mehr gut aus, aber egal. Natürlich muss Harry Potter alles ruinieren. Nur weil ich dich nicht mag. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, was ich bei N machen soll. Ich werde dabei Instagram wie immer eine Abfrage machen. Das ist das fertige Ergebnis. Ich finde, es sieht von allen einfach am cleansten aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet.